es wird sich so ein als wäre sehr nah wunderschön 2000 hat es gefunden dabei war ich mir sicher dass die geschichte nur angler latein war ja wohl ausgezeichnet so noch ein tier entdeckt ja den detektor bitte gut dann können wir ja eigentlich auch in diese diesen grenzbereich dann müsste ja auch noch irgendwas sein auch wenn ich mir jetzt gerade nicht vorstellen kann hier irgendwo wir sind quasi genau davor aber ich sehe kein tier fliegt das eventuell selene ich sehe da überhaupt nichts aber gut sternbild ach so das sind sternbilder davon habe ich nichts aber interessantes detail dass hier auch sternbilder angezeigt werden ich sehe hier kein tier leute das reichen haben wir schon fotografiert gut ich würde sagen wir machen erstmal unsere mission die schlachthaus rennen sind mir leider sind leider sehr sehr schwierig weshalb ich die jetzt erstmal nicht so machen werde dass ich gewinne sondern ich lasse das erst mal und konzentriere mich auf die mission ja hier haben wir wieder die ganz normale strecke so rennen drei reichen passagen wenn wir in die schlacht häuser wollen ist ja doch da will du musst es nicht hat zehn tausend mal sagen die schwachen und die wehleidigen haben noch drei sekunden um zu ihrem strickzeug zurückzukehren 3 2 1 und los ja wir fahren einfach nicht rutsch sondern schimmeln uns hier irgendwo durch die mauer wenn ich jetzt noch wüsste wo das genau war auf jeden fall war es auf der linken seite irgendwo wir sind an der mauer die die schlachthäuser umdicht jetzt müssen wir einen eingang führen ach da da ist der eingang die anderen kommen natürlich nicht durch weil sie kein sprunggift haben aber wir haben ja eins zurückgepüft zack nein komm so jetzt da wären wir da wären wir so hier geht es nicht weiter also müssen wir hier lang das alte schlachthaus wir sind auf der richtigen fährte ja da vorne ist irgend so ein komisches roboter ding das uns ans leder will und zudem noch riesig groß ist gut gemacht cool ja total gut gemacht wir sind dem piech entkommen oder dem roboter vielmehr wir haben was abgekriegt irgendwo irgendwie irgendwann ja ja wo muss ich jetzt lang ouch hä wo kam das denn jetzt her höh hä kapier ich nicht ok äh einmal komplett was hä Habe ich was verpasst? Da war doch nix. Na klar, muss ich jetzt wieder alles von vorne machen. Natürlich muss ich alles von vorne machen. Warum auch nicht? Das alte Schlaghaus macht ja Spaß, ne? Vor allem mit diesem blöden Roboterspinne-Fiecht. Yo, man. So, so. So, ich seh nix mehr. Okay. Ja, ich will die Einheiten bitte gerne haben. Alter, das Feuer kommt echt extrem schnell wieder. So, ich hab keine Ahnung, was hier jetzt nicht richtig läuft. Vorsicht, sie muss da noch irgendwo sein. Ja, ich seh sie doch. Da vorne ist sie doch. Ich bin ein Fisch. Oh. Das Ding macht einiges kaputt. Aber hier ist es ja egal. Hier kommt man ja normalerweise nicht hin, ne? Habe ich jetzt aus Versehen? Ne, ich hab die Kreislast nicht gedrückt. Okay. So, wie es aussieht, haben wir es geschafft. Aber auch nicht. Fast da. Warum sieht das aus wie eine Sequenz? Verwirrt mich nicht. Karschen und Frieders. Okay. So, jetzt haben wir hier einen Bereich, wo wir ein bisschen mit, äh, ja, selbst Mördertum weiterkommen müssen. Mann, ich will die blöde Schlange fotografieren. Hau ab. Also, ich hab hier die verschiedensten Sachen ausprobiert, ne? Und da muss man ja lagen. Da, wo das rote Ding gerade war. Und das Ding fotografieren wir jetzt erstmal. Sehr schön. 14.000 Einheiten. Ja, voll. Okay, dieser Film ist voll. Gut. Ich überweise eine Perle, Jade. Und ich werde den Film neu laden. Na, wunderbar. Dankeschön. Wieder eine Perle mehr. Die Väter tun uns noch nicht mal was. Okay, das ist gut. Und zwar schießt das Ding nicht auf uns. Nein, es wirft Minen. Und diese Minen müssen wir dann in diese roten Dinger da reinlocken. Au. Hallo. Geht's noch? Ich hätte mir noch ein paar Reparatur-Kits, äh, mitnehmen sollen. Hä? Wo ist denn das Ding hier? Ach, Mensch, Leute. Kann das blöde Ding nicht das machen, was ich will? So, was passiert, wenn ich dem Ding hier zu nahe komme? Ich glaube, das macht irgendwas Gefährliches. Aber wie habe ich denn das jetzt gemacht hier mit dem... mit dem Anlocken? Das bringt nichts. Das Ding, die sieht er nicht an, komischerweise. Und ihm macht diese zweite Attacke auch nichts. So, würdest du bitte ein Torpedo nach mir werfen? Hat er das gemacht? Ja, er hat's gemacht. Wunderbar. So, jetzt kommen wir hier auch rein. So, und da drin ist natürlich das nächste von diesen Dingern. An das wir natürlich auch vorbei müssen. Also, der nächste Torpedo. Hoffentlich geht das gut. So, wie kommt der Torpedo her hier? Ich brauche ihn dringend. Und wieder vernichtet. Ja, voll ja. So hat das zu sein. Da hinten haben wir schon wieder das nächste gesehen. Also, gleich noch einen holen. Oh, wir sind zu langsam. Verdammt. Wir werden niemals da durchkommen. Ich werde es mit einem Torpedo versuchen. Oh, Kamera. Mach mich nicht verrückt hier. Woher sind wir jetzt gekommen? Da ist das Ding mit den Torpedos. Da sind wir hergekommen. Gut. Und dann. Hier kommen wir nicht weiter. Ist das überhaupt? So. Hier kommt schon nicht ruhig, aber dran vorbei. Das kann man wieder nur mit der zweiten Attacke. Ich sehe nichts. Verflucht nochmal. Blöd, nur dass ich diese Minen hier immer wieder nachbilden. Das heißt, wir müssen auch später aufpassen, dass wir da nicht reinfahren. So. Andocken bitte. Autsch. Hier sind jede Menge Reparaturkits. Das ist gut. Konto-Identifizierung. Konto-Identifizierung. Davon werde ich mir gleich mal ein paar kaufen. Die Reparatur S.O.D. stellt einen Schlüssel der Fahrzeugenergie wieder her. Ganz toll. Ganz toll hast du das gemacht. So. Nein, was mache ich denn? Oh. Wähl doch nicht diese blöden Kababs gleich aus. Mann. Ich wollte eigentlich springen. Falsch Taste gedrückt. Wunderbar. Ich freue mich. Es waren 300 Einheiten für den Garten. Aber mache ich ja gerne. So, hier habe ich auch wieder diese Viecher. Ja. Ja. Mich verköpft hier keiner. Alter, ist ja immer mehr. Immer mehr. So. Und weg. Und weg. Und weg. Ja Mensch, Double Age. Du bringst ja sogar was. Sonst wir durch? Puh. Nö, warum auch? Ach so. Ah. Für Ruhm und Ehre. So, jetzt kommen wir hier zwar durch, aber wenn wir da unten mal reingucken, dann sehen wir schon, hier sollen wir mit dem Covercraft lang. Dann werden wir das auch direkt tun. Und ich hoffe, dass es bald wieder was zum Speichern gibt. Denn ich möchte das, was ich jetzt gerade alles hier gemacht habe, nicht nochmal machen. Das wäre extrem uncool. So. Hier kommen wir hoch. Muss ich ein bisschen anlaufen nehmen. Man kann ja leider nicht rückwärts fahren mit dem Ding hier. Und Sprung und schon sind wir oben. Sehr schön. Äußere Gräben. Sehr schön. Laser. Freue mich. Die werden sicherlich dafür sorgen, dass das Ganze hier spannend bleibt. Schön. Aber die haben sogar eine begrenzte Reichweite. Okay. So, ich bin mal ein bisschen schwierig. Ach, komm, los, hoch hier. Mensch. Nö. Nein, 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 nein. Ach. Ja, wenn das Ding rückwärts fahren könnte. Dann wäre es schön. Wird man hier in die Minen reingetrieben? Trifft verdammt nochmal. Dankeschön. So, hier ist auch wieder. Oh, das ist ja ein ziemlich mein Ding. Na, markier. Oh, ey, du blödes Ding, Alter. Ganz ehrlich, los. So, und jetzt hier durch. Dankeschön. Wunderprächtig. Bin mir zwar sicher, dass da gerade noch ein Geheimergang war, aber das mir jetzt gerade hochsteht. So. Also, da war eine reine Bahne. Reine Bahne. Na ja, abgesehen von dem blöden Ding da schon wieder. Kriegen wir das hier auf? Ja, toll. Da oben bringt mir das nichts. Wo kommen wir hier lang? Hier kommen wir wieder zurück. Nee, warte. Nee, das ist was anderes. Es wäre schön, wenn es Wegweiser gäbe. Das geht. Aber heute. Also, da ist es. Ja, da oben.